hallo liebe retrofreunde und herzlich willkommen zu einem neuen sammlungs update video ja es ist echt mal wieder an der zeit ich weiß gar nicht wann das letzte aufgenommen wurde zwar glaube ich schon ein paar tage her mindestens ein dreiviertel jahr ja seitdem hat sich ein bisschen was getan wir sind umgezogen im letzten jahr irgendwann juni juli juli war es glaube ich und seitdem habe ich auch keine zeit für meine sammlung gehabt ich habe zwar weiterhin streams gemacht wir haben auch weiterhin neue let's plays aufgenommen aber für die sammlung hatte ich keine zeit gehabt und auch kein geld aber es hat sich trotzdem ein bisschen was angesammelt wenn ich hier so gucke sind doch schon zwei drei spielchen geworden weil hin und wieder man doch irgendwie was ins haus geflattert ist weil ich doch irgendwie geile sachen gefunden habe und deswegen machen wir jetzt einfach mal wieder einen sammlungs update video meine beleuchtung ist leider ein bisschen beschissen weil da ist ein fenster gar nicht deswegen gucken wir einfach mal dass wir das beste da draus machen es geht ja auch nicht um mich sondern es geht um meine spiele die ich mir gewöhnt habe und ich würde sagen wir fangen direkt mal mit dem ersten an davon habe ich schon mal vor einiger zeit eine demo gespielt komischerweise habe ich nur eine demo cd gefunden die ich damals gespielt habe und auch aufgenommen habe das war die mcdonald's ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr irgendeine von den mcdonald's war es glaubt die 1 direkt da habe ich das gespielt und habe das für gut empfunden und habe mir dann so gedacht ja das könnte ich mir mal gönnen alfred der chicken war das spiel ich bin sonst eigentlich kein fan von so side scrolling spielen vor allen dingen wenn es dann noch umso jump and run und platforming und bla geht aber so richtig schlecht fand ich das spiel nicht deswegen habe ich es einfach mal noch mitgenommen gehabt weil ich mir so gedacht habe ja warum denn eigentlich nicht man kann auch mal wieder so einen jump and run 2d also kein 2d aber 3d platforming dingens mal mitnehmen ich bin eigentlich nicht so der fan davon aber alfred der chicken sah ganz nett aus und deswegen habe ich mir einfach gedacht warum nicht ich weiß auch gar nicht mehr wann ich mir das gekauft habe ich weiß auch gar nicht mehr zu welchem preis ich mir das gekauft habe ich kann es euch nicht sagen also bei den meisten spielen die ich jetzt hier liegen habe kann ich euch nie sagen wann ich sie gekauft habe und für wie viel ich glaube das war jetzt nicht so teuer gewesen maximal ein 10er oder so ja muss noch die hülle tauschen weil die ist noch ziemlich ranzig aber nicht so ranzig wie die hülle von dem nächsten spiel da habe ich mich so geärgert weil die beschreibung bei ebay war gewesen ja ist gar nicht mal so verkehrt also okay bewertung beziehungsweise also die die der zustand waren okayer zustand und das war ganz und gar nicht gewesen weil das spiel ist angekommen ich habe das aus der hülle raus aus der aus dem versand umschlag rausgenommen und es war so dermaßen versifft und eine gelbe hülle und eine gelbe hülle spricht meistens dafür dass es aus dem raucherhaushalt kommt also es war auf keinen fall sunfaded zwar raucherhaushalt und es war so widerlich dass ich die hülle direkt mit handschuhen und allem gewechselt habe aber nichtsdestotrotz das spiel habe ich behalten und da bin ich eigentlich auch gar nicht mal so böse drum weil komischerweise hat es auch nicht nach qualm oder irgendwas gerochen sondern es war halt einfach nur eklig gelb ja du knuck in the land of babes oder the land of babes heißt es habe ich mal kurz rein gespielt fand ich jetzt gar nicht mal so verkehrt ich habe ehrlich gesagt noch nie wirklich einen duke of nukem duke nukem gespielt und fand das jetzt gar nicht mal so verkehrt ich werde mir das auf jeden fall mal auf die muss ich genauer anschauen liste packen weil ich das irgendwie hat mir spaß gemacht und es war jetzt irgendwie zwar doof aber also nicht doof im sinne von total bescheuert sondern es ist halt einfach es war nicht verkehrt also man kann das spielen braucht auch noch nicht sehr viel darüber nachdenken bei diesen spielen deswegen ich fand es nicht verkehrt kann man auf jeden fall mal mitnehmen weil die haben haben ja ehrlich gesagt auch noch in der sammlung gefehlt die duke nukem teile und kommen wir später noch zu einem anderen teil jetzt was ich als nächstes euch das noch mal zeigen möchte war ein spiel ich glaube das hat mir der steffen im podcast irgendwann mal so gesagt auch ja das könnten wir uns doch mal angucken und dann waren wir doch irgendwie mehr oder weniger über den tenor gekommen wir lassen es dann doch lieber mal bleiben weil so geil ist das spiel nicht naja ich fand es jetzt aber beim anspielen gar nicht mal so verkehrt es geht darum dass man in einer tokyota u-bahn verunglückt sage ich jetzt mal und man dann von einem wesen verfolgt wird und die rede ist in dem falle von konamis hell knight war jetzt nicht gerade günstig das spiel aber ich sag mal so das was ich mir bisher angeguckt hatte fand ich jetzt eigentlich gar nicht so scheiße also man muss halt eben durch so eine so eine kanalisation laufen man muss vor einem viech abhauen irgend so einen weiß ich nicht typ da der da irgendwie meint dass er einem hinterher eiern muss und ja man muss diverse rätsel lösen schlüssel finden irgendwo weiter kommen ich fand es nicht so scheiße kann man eigentlich mal sich gut ganz gut geben denke ich mal das spiel ist jetzt ehrlich gesagt auch nicht so lang deswegen ich muss ehrlich sagen ich finde es schade dass konami solche spiele nicht mehr macht weil die haben sehr 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 viele titel in ihrem repertoire und auch viele lizenzen also was heißt lizenzen aber viele ip's intellectual properties wie man ja auch da schön dazu sagt also in hell knight ist ja zum beispiel eine ip ich finde es so schade dass die nichts mehr daraus machen das einzige wo sie jetzt wieder war angefangen was draus zu machen ist silent hill und metal gear aber da muss man auch ehrlich sagen oh da muss man wirklich aufpassen es ist konami und konami hat in den letzten jahren nichts geschissen bekommen gar nichts wir gucken einfach mal also hell knight von mir eine kleine empfehlung kann man sich ruhig mal angucken wie gesagt ich habe es kurz angespielt fand es jetzt nicht so scheiße das nächste spiel was ich mir geholt habe gibt von mir bekommt von mir überhaupt gar keine empfehlung weil ich fand es so kacke wir haben es im stream angespielt es ist auch mittlerweile schon auf dem kanal ich verlinke euch das da oben ich muss immer überlegen welche ecke das ist aber ja ich verlinke es euch da oben könnt ihr gerne mal reinschauen es handelt um aliens und gab da mal eine tv-serie meine ich sogar dafür oder einen film ich weiß es nicht roswell conspiracy ich fand es leider nicht gut also ob es jetzt nur an meinem emulator lag oder an was auch immer ich weiß es ehrlich gesagt nicht kann es euch nicht sagen ich fand es wirklich gar nicht gut also weder dass da irgendwie im hintergrund musik gedüdelt hat das liegt aber im übrigen am duckstation emulator noch dass das irgendwie erklärend war ich fand es ich fand es einfach scheiße sorry also ich dachte erst so ich habe mir das mal angeguckt ich finde das cover halt richtig geil also muss man mal sagen das sieht richtig schick aus und ja deswegen habe ich mir so gedacht ja könnte jetzt nicht verkehrt sein ich sehe auch gerade das ist eine repro hülle muss ich mal tauschen ich dachte wirklich es macht spaß aber es macht mir einfach keinen spaß deswegen es ist eins dieser spiele wo ich mir sage es ist eine gurke für mich ist es eine gurke andere leute mögen das von mir aus also wie gesagt mir hat es leider keinen spaß gemacht mir jetzt überhaupt nicht gefallen dafür kommt das nächste spiel was ich jetzt hier gerade sehe das hat mir wiederum sehr gut gefallen und das haben wir auch aktuell noch auf dem kanal und ich muss noch ein paar neue folgen dafür aufnehmen weil es macht mir unheimlich viel spaß und ich finde es richtig geil erinnert eindeutig an twin peaks und heißt aber mizona falls ist bei uns nie rausgekommen also beziehungsweise ist nie in westlichen ländern rausgekommen sondern nur japan exklusiv ist so ein titel wo man sich so sagt ich verstehe es nicht warum es nicht rausgekommen ist vielleicht weil es so seine technischen probleme hat wie gesagt ihr könnt euch das let's play aktuell ja auf dem kanal angucken ähm es ist so wie eine serie aufgebaut ne also man hat so charaktere die man quasi befragen muss man fährt durch eine kleinstadt eine kanadische oder amerikanische kleinstadt irgendwo in den was ist das rocky mountains oder so glaube ich ähm also eins zu eins wie twin peaks so von der aufmachung her man muss halt eben versuchen einen naja nen fall zu lösen sag ich jetzt mal also ohne zu viel zu spoilern es ist kein mord sondern man muss halt herausfinden warum eine person gestorben ist und warum eine andere person verschwunden ist und das ist die prämisse von mizona falls und ich finde dieses spiel ist unfassbar geil kann euch mal gerade noch die rückseite zeigen dann sieht man mal wieder wie schön die ps1 spiele in japan gestaltet wurden und was ich euch auch mal gerne noch zeigen möchte lebst der spine card die im übrigen auch dabei war wo ich echt happy drüber war habe ich erst aus deutschland sogar bekommen hat mich sehr gewundert normalerweise muss man sowas immer importieren und warum spiele ich es weil das vor dass mich gerade nicht über nicht lügen sondern ich glaube 2020 oder 21 hat es eine englische übersetzung bekommen beziehungsweise es hat zwei englische übersetzungen bekommen nämlich innerhalb von ich glaube einer woche oder war sogar einem tag ich weiß es gar nicht mehr also kurz aufeinander folgen zwei deutsche nein zwei englische übersetzungen bekommen und die eine ist ein bisschen besser die andere ist ein bisschen sperriger man muss immer so gucken welche man am liebsten spielen möchte aber was ich euch zeigen möchte jetzt muss ich gerade gucken ob ich es auf die schnelle finde ist die karte von dem spiel und die finde ich so unfassbar schön gemacht sie bringt einem zwar nicht wirklich viel aber sie ist halt so ein bisschen ich sag mal hand gezeichnet und sieht einfach unfassbar geil aus deswegen also ich ich kann es euch nur empfehlen guckt euch das spiel an ich versuche mein bestes mit der simultanen übersetzung direkt auf deutsch es klappt nicht immer direkt aber ich bin ja auch kein kein englisch native speaker wie man so schön sagt ja bei dem nächsten spiel habe ich habe ich habe keine ahnung warum da mir die view zahlen so durch die decke prügeln so weil das ist einfach ein spiel wo ich mir sage das ist doch nicht gut aber ich sag mal autobahnraser 2 hat mir schon gezeigt dass in deutschland wohl spiele gespielt wurden und das nicht zu knapp gespielt wurden wo man sich so sagt das ist doch eigentlich gar nicht gut aber es macht spaß ein stück weit macht es spaß man muss aber wissen was man vor allen dingen macht und das spiel gibt einem keinen hinweis darauf wie man es zu spielen hat also nicht so wirklich sondern nur so ein bisschen und es passt gerade so zur jahreszeit die wir haben wir jetzt anfang januar und ja meistens fängt es im dezember an die vier schanzen tournee und meine rede ist von rtl skispringen 2002 mit martin schmidt wie gesagt ich habe es gespielt ich habe keine ahnung wie viele folgen habe ich gemacht ich glaube zehn oder elf folgen habe ich aufgenommen insgesamt die vier schanzen tournee also vier mal die schanzen aufgenommen dann noch dessen weltcup und noch schief liegen ja es ist halt was soll ich sagen also es ist kein aus meiner sicht kein gutes spiel ich habe mich daran erinnert dass ich das früher mal gespielt habe bin mir aber nicht mehr sicher ob ich das mit einem kumpel am pc gespielt habe und ob es das mit martin schmidt war oder ob es dann der nachfolger von 2000 ich glaube vier war weil die pc fassung war um einiges hübscher gewesen also zumindest so in meiner erinnerung aber es kann mich auch natürlich täuschen das ist mittlerweile 20 jahre her deswegen ich kann es euch nicht mal mehr sagen aber fand ich okay muss ich nicht unbedingt ne also ausführliche spielen muss man sich hat es schon ausführlich gespielt so das nächste spiel das ist gestern noch angekommen deswegen habe ich das video auch heute wir haben heute sonntag ich habe heute aufgenommen ich wollte jetzt einfach noch darauf warten wollte eigentlich das video schon länger raus gehauen haben aber ich habe jetzt noch darauf gewartet ist ein spiel wo wir im podcast mal kurz drüber geschlittert sind die rede ist von pet in tv murat hat mir empfohlen beziehungsweise hat mir diese box gezeigt weil das ist wieder so eine japanische box und die sieht auch wieder total schick aus finde ich hat halt autofokus nicht meine bürmer hier das spiel mal autofokussieren ja genau also hat eine sehr sehr schöne pappbox bekommen und hat im inneren nebst der cd noch so ein bisschen krempel dabei ich muss dazu sagen ich habe das spiel angespielt ich habe es nicht verstanden gebe ich gerne zu vielleicht muss ich noch mal eine deutsche version davon raussuchen also von dem von dem booklet weil ich habe jetzt nur wie gesagt die japanische das war jetzt hier die cd und man hat hier in dem spiel hat man unter anderem noch einen guide dabei der heißt how to raise a pet in tv das sind so schöne kleine zeichnungen drin mit allerhand figurchen ich schlage jetzt einfach mal hier die seite auch ich finde das so geil gemacht die viecher sehen so knuffig aus also alles handgezeichnet gehe ich jetzt einfach mal zumindest davon aus und es sieht halt einfach so knuffig aus und hier sind noch so irgendwelche viecher mit drin die gegner im spiel oder ich sag mal kreaturen im spiel ich finde das so richtig schön gemacht also ist ein sehr sehr knuffiges spiel haben wir noch mal irgendwelche viecher kreaturen also kann man wirklich kann man sich wirklich gut anschauen wie gesagt ich verstehe es nur halt leider noch nicht ja das haben wir dann hier noch das müsste dann die ja das ist die anleitung vom spiel genau die sieht so aus da sieht man das ist das haupt die haupt kreatur haupt charakter ich weiß noch nicht genau was es ist aber es ist irgendein viech finde ich ganz knuffig und was ich halt schön gemacht finde an diesem spiel man hat also ich habe zum glück glück gehabt ich habe hier so eine was ist das ich habe hier so eine lustige karte dabei ich weiß nicht da kann man wieder irgendwas wahrscheinlich oder könnte man irgendwas bestellen keine ahnung irgendeine antwort karte wahrscheinlich und dann hat man hier wie viele sind es denn eigentlich drei sticker bögen genau sind drei stück in blau in grün und in gelb hat man so drei sticker bögen mit dem charakter ich schätze mal das ist für memory cards weil die größe müsste ungefähr hinkommen habe ich hier eine memory card gerade rumliegen leider nein weil hier ist mein setup für falls ich doch mal an der konsole einer wirklichen richtigen konsole spiele ich gehe mal davon aus dass das hier sticker für memory card sind ich bin mir aber gerade nicht sicher müsste man auf diese nummer hier gucken weil das eine scps nummer drauf die 133 weiß ich gerade nicht so und was noch schön ist man hat von jeder welt hat man so eine karte dabei mit eingang ausgang und was da in diesem level noch passiert wie gesagt ich habe es noch nicht ganz verstanden das spiel ich habe auch nur mal kurz eine viertelstunde halbe stunde in halbe stunde habe ich reingespielt ich weiß es noch nicht ich habe ich habe keine ahnung wie sich das spiel spielen soll also weil das viech läuft mehr oder weniger von alleine macht von alleine und dann sagt immer ich denke mal kurz nach und bist du einverstanden mit dem was ich machen möchte wie gesagt ich suche mir noch mal eine deutsche anleitung raus damit ich dieses spiel verstehe weil das spiel selber erklärt sich nämlich nicht das ist ein ps2 spiel das machen wir ganz zum schluss dann haben wir ein spiel da bin ich vor längerer zeit schon mal drauf gestoßen arc of time ist ein point and click adventure wo es darum geht jetzt muss ich gerade überlegen genau also man man sucht die mitglieder einer expedition die das sagen um obene atlantis was auch sonst finden wollen sind aufgebrochen mit einem u-boot auf dem ozean und man selber ist ein redakteur einer zeitung also der charakter den man spielt ist ein redakteur einer zeitung und man muss halt eben versuchen irgendwelche hinweise zu finden und halt eben diese personen zu bergen sage ich jetzt einfach mal ich finde es ganz nett gemacht der grafikstil ist ziemlich naja es wirkt wie ein sehr sehr frühes ps1 spielen kam im übrigen ja gut ist 97 kam es raus wirkt als hätte man es mit dem c64 zusammengebaut ist jetzt nicht das schönste spiel aber ich sag mal man kann es sogar mit der maus spielen also mit der playstation maus ich werde es auf jeden fall mal im hinterkopf behalten und ich denke wir gucken uns irgendwann mal an aber jetzt nicht so zeitnah weil es ist jetzt nicht so unbedingt nicht dass das beste spiel weil auch obwohl man das spiel auf deutsch gestellt hat die sprach sprach ausgabe text ausgabe ist auf englisch und deswegen muss ich mal gucken ob ich das spiele oder nicht weil es wäre blöd ich komme nämlich nicht hinterher mit dem vorlesen weil die texte sind so schnell weg schauen wir mal aber bisher sah es ganz interessant aus wir hatten heute schon ein horrorspiel gehabt und ich habe auch hier noch mal eins und ich fand es wie soll ich sagen ich finde es interessant ich zeige euch erstmal den titel und dann red man einfach mal darüber weil ich weiß noch nicht wo das spiel hingeht clock tower ist ein wirkliches horrorspiel man wird vom scissor man dem scheren mann verfolgt und muss versuchen dem irgendwie zu entkommen man spielt offensichtlich zwei charaktere und ich glaube wenn ich jetzt gerade richtig im kopf habe gibt es zehn unterschiedliche enden in diesem spiel ich habe eins bekommen wo ich mich in eine sackgasse manövriert habe da hat mir das spiel auch gesagt naja sie sind in eine sackgasse gelaufen ja kommst dann nicht weiter das war ein bisschen doof aber nichtsdestotrotz es hat mir irgendwie spaß gemacht und ich möchte das spiel spielen schon alleine weil ich das cover so geil finde ist ein spiel von asci meine kamera macht mal wieder was sie möchte genau weil meine fresse wieder im weg ist ist ein spiel von asci und man kann es auch mit der maus spielen sehe ich gerade das macht es einfach weil es nämlich auch ein point and click adventure ist aber ein horror point and click adventure wie gesagt man wird von dem scissor man verfolgt und man muss dem irgendwie entkommen aber ich habe auch noch nicht so weit gespielt als dass ich euch da mehr erzählen kann ich finde auf jeden fall interessant und es ist leider auch kein ganz so günstiger titel mehr den muss man so um die 100 bis 150 euro muss man für den titel schon blechen ich habe für euch da 100 bekommen von von wem war das von arno ich glaube von arno war das ich weiß aber gerade auch nicht mehr auf jeden fall danke nochmal an denjenigen dass mir verkauft hat für einen okayen preis ich bin sehr gespannt ich möchte auf jeden fall spielen weil das ist ein abgefahrenes spiel also wirklich sehr abgefahrenes spiel dann haben wir noch ein spiel das wird irgendwann mal podcast thema gar nicht mal so lange hin fällt mir gerade in zeitnah wird es ein podcast thema ich weiß nicht warum wir uns das ausgesucht haben ich kann es euch gar nicht sagen aber ich glaube irgendjemand murat hatte glaube ich bock drauf um da noch mal drüber zu reden und dann ist steffen mit eingesprungen und hat gesagt ja können wir uns angucken international track and field ich weiß nicht was dazu sagen soll ich habe es nicht angespielt ich werde es im zuge des podcasts werde ich spielen man kann es ja auch mit mehreren leuten spielen ist im übrigen auch wieder ein konami spielen konami schade drum naja ich werde es auf jeden fall mit meiner freundin spielen und wir werden uns wahrscheinlich gegenseitig um den pokal prügeln ich weiß es noch nicht es soll wirklich ein gutes spiel sein ich habe aber ehrlich gesagt keine ahnung deswegen ich kann nichts dazu sagen es kommt auf jeden fall irgendwann im ersten halbjahr hier auf dem kanal wir gucken mal so wir haben noch zwei titel und dann war es das eigentlich auch schon room tour kommt auf jeden fall dieses jahr ich muss hier noch ein bisschen was machen ich muss noch ein bisschen was um arrangieren ich bin noch nicht ganz zufrieden mit dem wie es ist hier steht halt meine couch gerade hier ist mein fernseher beziehungsweise meinen konsolen ecke aber ich bin noch nicht ganz zufrieden weil da ist ein fenster da ist ein fernseher ist blöd weil das spiegelt also man sieht es ja auch bei dem fernseher hier so aber sei es drum das nun mal nebenbei ich habe ja eben schon gesagt dass ich duke nukem spiele jetzt so nach und nach versuchen noch zu kaufen ich wusste gar nicht dass ich glaube drei oder vier titel gibt es für die ps1 und neben land of babes gab es auch noch time to kill ich muss gerade mal schauen ich bin mir jetzt gerade nicht sicher wann welcher von den titeln rausgekommen ist wo ist denn der andere weil man muss dazu sagen die spielen sich sehr 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 ähnlich steuerung und auch aufmachung ist sehr ähnlich land of babes von 2001 und das hier ist von 96 97 98 also 96 time to kill von 96 ich fand es jetzt aber von der optik her besser als land of babes tschuldigung das land der damen weiß nicht warum aber ich fand es optisch besser weiß ich nicht also da hat 3d realms wahrscheinlich noch mal eine schippe draufgelegt keine ahnung aber ist auf jeden fall lustig und ich finde die intros von beiden spielen finde ich ziemlich cool das eine war von static x das andere weiß jetzt gerade gar nicht mehr gucken wir uns auf jeden fall auch irgendwann mal an beide teile bzw ich habe den dritten teil noch gar nicht da gucken wir uns aber an ja und dann habe ich noch ein ps2 spiel gekauft weil irgendjemand gesagt hatte das muss man unbedingt mal auf der ps2 spielen weil auf der ps2 sieht besser als auf dem pc und das wollte ich gar nicht glauben aber es ist wirklich so half-life sieht auf der ps2 besser aus als auf dem pc ich weiß nicht warum das so ist wahrscheinlich weil es später rausgekommen ist als für ein pc auf dem pc erschien es ja 98 und hier kam es für die ps2 2001 wurde von ich glaube gearbox genau von gearbox wurde es adaptiert für die ps2 und die haben da noch mal grafisch eine schippe draufgelegt also wo man bei der pc fassung noch den wissenschaftlern ihre klumpköpfigkeit angesehen hat hat man in der ps2 fassung wirklich also man kann die gesichter erkennen also wie gesagt pc fassung das sind alles klumpköpfe aber die ps2 fassung ist sogar recht ansehnlich finde ich also kann man gut spielen es funktioniert auch relativ gut mit dem controller das zu spielen ich habe sie auch mal auf dem emulator gespielt um es aufnehmen zu können damit ich euch den kleinen einblick geben kann hat mir gut spaß gemacht ich werde denke ich mal irgendwann mal weiter spielen aber eigentlich brauche ich das auch nicht spielen weil ich habe das schon keine ahnung wie viel mal auf dem pc durchgespielt mehr als einmal weil ich irgendwie versuchen wollen die story zu verstehen also auch beim zweiten teil ich kapiere die story aber ehrlich gesagt nicht weil sie wird auch nur so sporadisch nebenbei irgendwie erklärt aber ja also für ein spiel aus dem jahr 98 ist half life echt richtig geil macht am pc laune macht auf der ps2 laune und kann ich euch nur empfehlen das einzige was mich genervt hat bei dem spiel die die leichen sind weggeblinkt also sind weg gefadet und man weg fand ich nicht gut gab es aber damals auf der pc fassung auch schon ja das sollte eigentlich auch schon gewesen sein oder habe ich noch irgendwas hier ich glaube nicht ne also was hier noch seht ist die psx die weiße konsole da bin ich noch dran ich habe einen nachbar der ist elektriker oder elektroniker ich glaube elektronik ist er den habe ich schon mal gefragt ob er sich das mal angucken möchte wenn er mal zeit hat und wir werden auf jeden fall dranbleiben er möchte sich mal angucken er kann aber nichts versprechen weil logisch wenn du keine anleitung von dem bauplänen von diesem teil hast wird es ein bisschen schwierig wenn wir ehrlich sind aber nichts desto trotz ich werde irgendwann mal zeitnah bei ihm anklopfen und werde mal fragen hier euch immer will sie dir vielleicht mal angucken und dann gucken wir mal ob wir das ding wieder zum laufen kriegen weil zur zeit stand jetzt geht sie gar nicht mehr an was ziemlich schade ist aber es ist auf jeden fall ein hingucker weil das ding ist ultra geil also die sieht richtig geil aus nach wie vor ich finde die sowas von hübsch aber schauen wir mal gut das sollte jetzt aber auch schon mit dem update video gewesen sein ich hoffe ihr hattet trotz alledem ein bisschen spaß dass auch wenn es jetzt so lange gedauert hat bis mal wieder was neues kam dass ich euch mal wieder ein paar neue spiele gezeigt habe die ich mir gekauft habe ich glaube das nächste wird wahrscheinlich auch wieder ein bisschen dauern weil es sind aktuell einfach keine spiele dabei wo ich mir sage die muss mir jetzt unbedingt zeitnah kaufen weil ich komme nicht dazu mir irgendwelche demo cds anzugucken und die spiele die ich spiele für einen podcast zum beispiel sowas wie jumping flash ist mir einfach zu teuer also das spiel ist dafür dafür gefällt es mir nicht gut genug um es mir zu kaufen sagen das mal so wie es ist und deswegen gucke ich jetzt einfach so dediziert was kaufe ich mir noch für spiele was kaufe nicht für spiele bei über 380 spielen ist es auf jeden fall eine gute auswahl die wir haben die auch nach und nach irgendwann mal hier erscheinen als let's play als angespielt was auch immer ich denke mal da sind wir auf jeden fall gut dabei jetzt bedanke ich mich auf jeden fall erstmal bei euch fürs zuschauen und wir sehen uns in einem nächsten video wieder sei es ein let's play sei es hier eine sammlungsupdate oder was auch immer vielen dank fürs zuschauen bis zum nächsten mal ich bin raus macht's gut ciao